Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Dirt Devil DD22251 Rebel 25 HFC Single Cyclone Staubsauger. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses Haushaltsgerät für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zu diesem Staubsauger aus dem Hause Dirt Devil unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Die Kundenrezensionen sind ziemlich positiv, aber auch einige negative Stimmen sind hier zu hören. Deswegen würde ich dir definitiv empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen, bevor du eine Kaufentscheidung triffst. In meinen Augen ist das Angebot sehr sehr preiswert, aber natürlich muss man sich auch nicht immer für den preiswertesten Staubsauger entscheiden, da hat ja jeder seine eigenen Anforderungen. Schauen wir uns gerne noch ein paar Produkteigenschaften zu diesem Dirt Devil Sauger an. 700 Watt Hocheffizienzmotor, 3 in 1 Zubehör, Fugendüse, Polsterdüse und weicher Möbelpinsel praktisch kombiniert, plus Parkettbürste, umschaltbare Bodendüse, Aktionsradius 9 Meter. Ja, das klingt doch wahrlich sehr angenehm. Natürlich muss man sagen, dass der Aktionsradius mit 9 Meter jetzt nicht so die größte Reichweite ist, aber dafür ist dieser kleine Sauger ja auch vergleichsweise günstig. Und ich denke hier bei diesem Angebot liegt der größte Vorteil im günstigen Preis. Wer also ein richtiger Sparfuchs in Sachen Staubsaugerkauf ist, der ist mit diesem Modell vielleicht gut beraten. Wer aber Staubsauger mit größerem Aktionsradius und vielleicht noch einer stärkeren Saugleistung mag, der entscheidet sich vielleicht für ein teureres Modell. Dennoch ist dieses hier aus dem Hause Dirt Devil natürlich grundsätzlich empfehlenswert. Ich würde dir definitiv empfehlen, vor dem Kauf nochmal einen Blick auf die Kundenrezension bei Amazon zu werfen. Von meiner Seite aus gibt es eine Kaufempfehlung. Das Amazon-Angebot zu diesem Staubsauger verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag und eine saubere Wohnresidenz. Alles Gute, Ciao!